Der Sonax Pflegeratgeber Das Sonax Clean & Drive Turbo Wachstuch ist ein hochwertiges Mikrofasertuch. In Verbindung mit speziellen Pflegekomponenten sorgt es für Hochglanz ohne Nachpolieren. In nur 5 Minuten lässt sich ein Fahrzeug mit nur einem Tuch versiegeln und vor Umwelt- und Witterungseinflüssen schützen. Es ist ideal nach jeder Wagenwäsche für das perfekte Finish. Das Tuch entfernt auch Restverschmutzung und kleine Wassertropfen, die von der Waschanlage nicht beseitigt werden. Das Sonax Clean & Drive Turbo Wachstuch eignet sich für alle Lack-, Chrom- und Kunststoffoberflächen. Der Sonax Pflegeratgeber Der Sonax Pflegeratgeber